Berlin, Tag und Nacht, werden Basti und Emi ein Paar? Bei Berlin, Tag und Nacht gab es immer wieder Affären. Doch das Deck der Mächtel zwischen Basti und Emi dürfte wohl sogar die Fans überraschen. Emi, Denise Dirk, hat ein Fotoshooting gemacht. Mit den heißen Schnappschüssen wollte sie Janis, Benjamin Mittelstädt, überraschen. Doch er zeigte wenig Interesse an den Bildern und kümmerte sich lieber um seinen Job. Seine Freundin hat er eiskalt abblitzen lassen, für Emi war das eine riesige Enttäuschung. Ob sie sich deshalb nun auf das nächste Abenteuer einlässt? Basti und Emi starten eine Affäre. Ein Foto fehlt, wie sich herausstellt, hat Basti, Martin Wernicke, sich einen Schnappschuss geklaut. Darauf befriedigt er sich in der Dusche, dann kommt Emi dazu und lässt ihren Bademantel fallen. Und verhilft ihm damit schließlich zum Höhepunkt. Danach starten die beide eine Videochat-Affäre. Ob sich daraus mehr entwickelt und die beiden sogar ein Paar werden? Werden die beiden sogar ein Paar? Zwischen Emi und Janis läuft es schon länger nicht mehr gut. Die beiden müssen sich sogar für den Geschlechtsverkehr verabreden. Doch die Liebelein mit Basti bleiben nicht lange geheim, als das Janis rausbekommt. Scheint die Situation völlig zu eskalieren und macht mit Emi endgültig Schluss. Danach greift er wieder zu Drogen und scheint völlig abzustürzen. Der Weg wäre dann frei für Emi und Basti. Ob die beiden tatsächlich was anfangen? Das zeigt RTL 2 täglich um 19 Uhr bei Berlin. Tag, Nacht. Tag, Nacht. Tag, Nacht. Tag, Nacht. Tag, Nacht. Tag, Nacht.